Liebe Leser, liebe Zuschauer, next on tour. Erstmal möchte ich euch einen besinnlichen dritten Advent wünschen. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt. Richtig, zur Famous Faith Academy. Und dort findet die Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz statt. Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit kaum zu glauben. Aber deswegen fahren wir ja hin, damit ihr das trotzdem sehen könnt. Und wir wünschen viel Spaß dabei. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.